Hallo! Ein Fest. Guten Abend. Tanzen Sie nicht gerne? Doch, sehr gerne. Aber ich kenne niemand hier. Also, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Klaus Fleisch. Ich bin ein Kollege von Herr Fischer. Ich heiße Elisabeth. Frau Fischer ist mein Schwester. Ihre Schwester? Das ist nicht möglich. Warum nicht? Sie sind groß, blond und schlank. Und Ihre Schwester ist klein, dunkel und nicht so schlank. Das ist ganz einfach. Mein Vater ist groß, thick und dunkel. Und meine Mutter, klein, blond und dunkel. Dankeschön! Vielen Dank!